Wären Sie damit einverstanden? Ich könnte mich damit arrangieren. Oh, ein Fremdwort. Ja, ja. In S-Tour. DRW Versteher. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Es ist auch schön, dass du wieder eingestaltet hast und herzlich willkommen zurück zu deinem Lieblings-Podcast. Die DRW Versteher melden sich zurück vom audiophilen Leuchtturm aus dem Meer des digitalen Grundrauschens. An meiner Seite der Leuchtturmwärter, Mastering-Ingenieur, die goldenen Ohren von Holtwig, Björn Schlüter. Ja, schön, dass du wieder eingestaltet hast zur neuen Folge. Und ich freue mich sehr, dass der liebe, charmante Herr hier zu meiner Linken, zu eurer Rechten, den Weg wieder auf sich genommen hat. Aus Münster-Wolbeck, der Trockenbauspezialist mit Verpflichtung zu leichten Garten und Audioarbeiten. Mein lieber Freund, Jonas Wagner. Am Apparat und nicht nur mit dem mit Auswirkungen vom Trockenbau, auch in seinem gesamten körperlichen Bereich, was die Hand angeht. Hast du Körper? Ich habe Körper dahingehend, dass ich festgestellt habe, ich bin halt keine 20 mehr. Und nur weil ich es kann, heißt das nicht, dass mein Körper jetzt auch sagt, das machst du jetzt mal vier Wochen oder so. Das ist wie bei Audio, nur weil man denkt, man kann es. Ja, also so eine Maus ist halt deutlich leichter zu schubsen als zum Beispiel Hammer und Meißel, sagen wir mal so. Ah, okay. Aber ich habe tatsächlich im Rahmen meiner Renovierungsarbeiten, die ich zu Hause durchführe, habe ich ja letztes Mal schon von Drogel gesprochen. Und ich habe eigentlich gehofft, dass ich jetzt in diesem Podcast nicht mehr darüber sprechen muss, in Anführungszeichen. Oder erzählen kannst, dass du fertig bist. Ja, zumindest das irgendwie, Vollzug für ihn. Aber gestern Abend haben wir eine Office-Hour gehabt im Premium-Bereich. Da gibt es immer Donnerstags, gibt es die Zeit, dass die Mitglieder im Premium-Bereich, dass sie sich kurz mit mir unterhalten können, Fragen stellen können und so weiter und so fort. Das ist all-inclusive quasi, meistens Donnerstags. Und da wurde ich dann auch gefragt, was machen die Renovierungsarbeiten? Und ich sage, oh, frag nicht irgendwie. Ich wollte gerne fertig sein, aber bin ich halt nicht. Aber ich habe eine audiophile Erkenntnis rausgezogen aus dem ganzen Ding, die mir tatsächlich, während man so in seinem meditativen Tun drin ist, so langsam gekommen ist. Ich konnte eine Parallele ziehen zwischen dem, was ich da in meinem Flur renoviere. Und wenn ich jetzt starten würde mit Audio-Mixing, weil man liest sich erstmal einiges an. Also in meinem Bereich Verputzen und Trockenbau. Liest man sich entweder an oder man guckt sich heutzutage modernerweise YouTube-Videos an. So, dann kommt mein Spruch, Wissen ist ja nicht Können, also muss man irgendwann anfangen. Dann fängt man also an und ich habe immer schon oder ich habe noch nie Angst vor Dingen gehabt, weil mein Satz ist immer, was das Schlimmste, was passieren kann, dass ich es halt wieder runterkloppe und nochmal neu mache oder so. Und das ist im Audio-Mixing dann natürlich auch so. Du weißt es am Anfang erstmal gar nichts. So, dann guckst du dir YouTube-Videos, zum Beispiel im Recording-Blog an, dann weißt du ein bisschen was. Und dann fängst du an und dann sitzt du davor und denkst so, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, okay alles klar, aber was soll passieren? Das Schlimmste ist, dass ich halt nochmal machen muss. So, und so bin ich dann auch angefangen und habe dann einfach irgendwann erst das Zeug in den Eimer, dann, also jetzt in dem Fall den Zement in den Eimer, dann Wasser drauf, verrührt, bis mir der Arm wehtat ungefähr. Dann nochmal geguckt, wie man das Zeug richtig anrührt. A, andersrum, erst Wasser, dann Zement, schon mal gut zu wissen. Dann das Verhältnis, wie viel Wasser zu Zement irgendwie. Dann am Anfang war es viel zu hart, weil ich Angst hatte, wenn ich es zu flüssig mache, läuft es mir von der Wand wieder runter. Damit war es aber nicht zu verarbeiten, dann also hinzukriegen, welche richtige Konsistenz und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, der Übergang zum Audio ist im Prinzip auch, dass man ja eigentlich erstmal anfängt und Dinge macht. Mut zum Scheitern. Am Anfang ist man nicht so gut. Mit jedem Mal wird man ein bisschen besser. In unserem Fall, dann kann ich entweder das Plugin besser bedienen und mit der Zeit höre ich dann auch mehr, was da passiert und so weiter. So wie ich dann beim Verputzen dann auch gesehen habe, okay, wenn ich die Kelle so schwinge, dann ist es so rum. Und wenn ich von oben nach unten runterziehe, dann wird mir auf jeden Fall alles runterfallen. Also sollte ich die Kelle von unten nach oben ziehen und so weiter und so fort. Und so ist es dann sukzessive gekommen, dass ich immer besser wurde in dem Ganzen. Was beim Audio-Mixing natürlich auch ist. Man bringt also Zeit mit, Erfahrung. Man muss machen. Man muss auch dreckige Fingernägel riskieren. Hier, da kann ich mal ins Bild kurz halten. Dreckige Fingernägel riskieren. Einfach mal machen. Und ich fand es einfach so faszinierend, dass ich dann während ich gemacht habe, festgestellt habe, so habe ich mit dem Audio-Mixing auch angefangen. Ich habe einfach angefangen und bin Stück für Stück besser geworden. Natürlich Mut zum Scheitern gehört auch dazu. Und dass du dann Stück für Stück besser wirst. Nicht nur dahingehend, dass du sicherer deine Tools bedienst, sondern dass du auch mehr von dem wahrnimmst, weil du mit dem eigentlichen Tool nicht mehr wahrnimmst. Wenn ich am Anfang ganz mit der groben Kelle quasi aufgezogen habe, gehe ich dann zum Kalk über, also zum Kalkputz und ziehe den dann auf. Und dann wirst du feiner in deinen Arbeiten und so weiter. Und dann die wichtigste Erkenntnis, es muss nicht beim ersten Mal perfekt werden. Das wirklich in Kauf zu nehmen und das eben beim Audio-Mixing auch. Einfach zu sagen, okay, alles klar, ich stehe am Anfang und ich sehe natürlich, wie einfach das Leuten wie Björn oder mir oder Timo Krämer oder wem auch immer, Paul Marx und so weiter fällt. Wie leid, die drehen am Equalizer. Ah ja, die drehen da rein, raus, klingt sofort alles besser und so weiter. Am Anfang ist das nicht so. Und dann wirst du halt Stück für Stück besser. Und ich habe da wirklich, während ich da das putze und den Feinputz aufziehe und denke so, ach guck mal, vor zwei Wochen bin ich hier noch gar nicht gewesen. Und jetzt bin ich hier und ich riskiere zu scheitern, weil das Schlimmste ist, ich klopfe es halt wieder runter und ärgere ich mich irgendwie und dann tun mir die Hände noch zwei Wochen länger weh. Aber es ist halt so. Aber ich war total geflasht davon, diese Message dann auch an euch mal draußen wieder rauszutreiben. Es muss nicht beim ersten Mal perfekt werden, weil die Leute, die das zeigen, wo es beim ersten Mal perfekt wird, die machen das seit Jahren. Und ehrlich gesagt, auch da vom groben Putz zum feinen Putz. Beim Mix gehst du ja auch so vor. Der grobe Putz ist erstmal, du ziehst erstmal Instrumente hoch und je nach Gusto, es gibt Mischer, die ziehen erstmal die Fader hoch, machen Grundmix, gehen dann an Equalizer und Kompressor ran. Es gibt Mischer wie mich, die ziehen einen Fader hoch, justieren schon mal so ein bisschen die Dynamik, so ein bisschen den Equalizer, schieben das Instrument bei den Drums zum Beispiel zusammen, nehmen das nächste Instrument zu. Aber ich mache nicht erst Fader, dann EQ und Kompressor, sondern ich mache sofort Fader, mache das Instrument fertig, schiebe das dazu, baue das in den Mix an und so weiter. So, und dann zu sagen, okay, ich kloppe immer mehr weg von dem, was mich stört oder ich werde immer feiner vom groben Putz zum feinen Putz. Dann hast du beim feinen Putzen noch so kleine Risse drin oder du hast irgendwie so noch Unebenheiten und ziehst es immer feiner, bis dann am Ende des Tages der fertige Mix da steht. Und ob das am Anfang dann vier Wochen bei dir dauert, so wie bei mir jetzt zum Beispiel in meinem Flur, oder ob das eben dann nur vier Stunden dauert, wie bei einem Pro wie Chris Lord Algy, der in seiner SSL sitzt und mal eben alles nach rechts dreht. Und es klingt gut irgendwie, liegt natürlich auch am Ausgangsmaterial und auch am Ausgangsmaterial. Also ich kann jetzt hier ganz lange reden, aber gutes Werkzeug ist wirklich Gold wert. Gutes Ausgangsmaterial, in dem Fall jetzt den vernünftigen Zement gekauft und nicht den billigen irgendwie, oder das gute Holz und nicht das krumme Holz oder so. Das kommt alles zusammen und mehr und mehr verstehe ich, dass dieses Prinzip übertragbar ist, auf welchen Handwerksbereich auch immer und vor allem auf unseren. Und das hat mich so gefreut, weil ich euch endlich nochmal mitgeben wollte, es muss nicht beim ersten Mal perfekt werden. 90 Prozent, 80 und auch am Anfang 50 Prozent reichen vollkommen aus. Der nächste Mix, das steht auch auf meiner Homepage drauf, dein nächster Mix wird dein bester. Der nächste Mix ist immer der beste. Ja, ist so, aber das Problem ist ja, man vergleicht sich ja grundsätzlich immer mit den falschen Leuten. Also grundsätzlich ist vergleichen ja immer schwierig. Aber wenn man sich vergleicht, dann ja immer heutzutage hier Instagram und weiß ich nicht, dann kommen die Quizlord-Algeys und Co. dieser Welt, die dann irgendwas zeigen, die irgendwas machen und man denkt so, boah scheiße, bis ich da hinkomme. Oder ich merke das jetzt gerade auch so schlagzeugtechnisch. Guckst du dir ja irgendwelche Schlagzeug-Videos an oder werden mit Sicherheit, also ich bin froh, dass zu der Zeit, wo ich Schlagzeug gelernt habe, es YouTube noch nicht gab. Nein, YouTube-Videos gab. Das ist ja dieses Instagram versus Reality dann irgendwie. Du siehst ja nur Leute, die die wildesten Shops und Solos und hast du nicht gesehen spielen, wo du dir dann denkst, okay, in welchem Anwendungsbereich kannst du das nachher verbrauchen? Oder siehst halt irgendwelche Metal-Drummer, die dann halt da bei 250 BPM, keine Ahnung, irgendwie ihre Sechzehntel in die Doppelfußmaschine reinhauen oder so. Natürlich, das sind absolute Leuchttürme in dem, was sie tun, keine Frage. Aber für 95 Prozent oder wahrscheinlich 98 Prozent aller Metal-Bands reicht es auch, wenn du das auf 160 BPM kannst und dann bist du immer noch absolut safe mit allem. Deswegen also immer dieses, womit man sich vergleicht und womit man dann seine Initiative ergreift, etwas Neues zu lernen und dann auch dabei zu bleiben. Im Sport zum Beispiel ja genauso. Mir ist schon klar, dass wenn ich jetzt anfange joggen zu gehen, dass ich nicht übermorgen bei Olympia mitmache und dann irgendwie Marathon laufe. Ja, definitiv. Dass ich irgendwie vielleicht mal mit zwei Kilometer anfange und irgendwann vielleicht mal bei zehn Kilometer ohne Sauerstoffzelt im Anschluss lande oder so. Also immer kleine Steps machen, kleine Schritte und dann geht das in eine bessere Richtung. Für mich war es dann tatsächlich auch die Erkenntnis, dass ich auch mit meinem Premium-Bereich im Recording-Blog einiges richtig mache. Zumindest für Leute wie mich, die autodidaktisch lernen und beim Machen lernen. Es gibt auch Leute, die brauchen das didaktisch aufbereitet von vorne bis hinten. Das sind dann meistens die Leute, die bei Hofer studieren oder bei SAE und so weiter. Aber ich bin immer jemand gewesen, der anderen Leuten zugeguckt hat und beobachtet hat und von denen gelernt hat. Und ich habe ja bei YouTube jetzt auch den Leuten zugeguckt, wie verputzen die eine Wand. Also von der Chronologie her verstehe ich das irgendwie, wie das funktioniert. Welche Schritte man so macht und so weiter. Und so ist es im Premium-Bereich im Prinzip auch. Du kriegst Tutorials, da kannst du einem zugucken, wie der mischt und der dir erklärt, was der da macht. Und du kannst es akustisch verfolgen. Und danach, wenn du das gesehen hast, kannst du das Material nehmen, die Spuren in dem Fall, und kannst sie selber mischen. Das heißt, du guckst einem erst zu und danach gehst du ans Werk und versuchst es selber. Was ist das, eine Marktlücke, weißt du? Du meinst, ich sollte so einen Bereich aufmachen, wo es solche Sachen gibt? Nee, ich meine den Premium-Bereich. Ich denke da zum Beispiel an meinen Cousin, der ja aus dem Bereich Trockenbau und so zum Beispiel kommt. Hatten wir ja auch mal drüber gesprochen. Ja, den Trockenbau-Premium-Bereich. Genau, und dann machst du so einen Trockenbau-Premium-Bereich, wo du dann chronologisch dir so Tutorials anschaust. Und dann kriegst du plötzlich, kommt Dienstag morgens der Baustoffhandel dann bei dir vor die Tür und bringt ihr so Paket A quasi so mit den Spuren des Monats. Also mit dem Zement und den Riegelplatten des Monats, weiß ich nicht. Und dann musst du, keine Ahnung, ein Foto schicken, das dann nach zwei Wochen aussieht und kriegst dann ein Verputzungs-Feedback. Oder du machst es sogar live, während du verputzt, guckt einer mit der Kamera quasi drauf und guckt oder hört dir im Prinzip zu, wie du die Kelle schwingst und so weiter. Aber da hört man ja nichts, weil da läuft ja im Hintergrund das Makita-Borstellen-Radio. Ja genau, das ist das einzige Werkzeug, was ich noch nicht habe. Nee, das ist ja, ich glaube, wenn du bei Hofer dich anmeldest, kriegst du doch auch irgendwie, weiß ich nicht, Kopfhörer oder Mikrofon oder irgendwie sowas. Ist das so? Ich meine schon, irgendwie geschenkt. Und wenn du dich dann für das Trockenbau-Premium-Bereich-Zeug anmeldest, kriegst du von Makita dieses Baustellen-Radio. Aber das ist ja mega schlau, wenn Hofer das machen sollte, also in diesem Ausbildungskurs dir einen adäquaten Kopfhörer mitzuliefern. Der adäquat ist, weiß ich nicht. Ja, aber dann würden sie darüber auf jeden Fall sicherstellen, dass alle das gleiche Werkzeug auf den Ohren haben. Also alle, also ich sage jetzt mal von der Idee her. Ich glaube, das ist nicht die Idee dahinter. Ich glaube, die Idee dahinter ist, dass die wahrscheinlich irgendwie einen Deal dann machen mit, weiß ich nicht, Bayerdynamik oder irgendwas. Aber die Idee finde ich sensationell, dass wenn du Leute hast, die alle dann quasi das gleiche Ausgangsmaterial hören, die Möglichkeit hören, es gleich hören zu können. Ich würde an deiner Stelle gleich einen Deal mit Audis machen. Ja, mit Audis. Audis, Entschuldigung. Ich habe tatsächlich in der Ukraine. Audis klingt aber irgendwie cooler. Ja, finde ich auch. Ich habe in der Ukraine tatsächlich einen, habe ich glaube ich vorhin erzählt, von diesem Kopfhörer. Der ist immer noch nicht da, so langsam werde ich nervös. Aber wir werden mal sehen, was passiert. Wenn der funktioniert, kann ich ja mit denen einen Deal machen. Dann gibt es demnächst beim Premium-Bereich die Luxe. Kostet der Premium-Bereich nicht mehr, weiß ich nicht, was kostet er im Jahr aktuell? Premium-Bereich. 178,80 Euro. Kostet er dann 5.178 bei der Kopfhörer. Du kriegst eine Neumannanlage dabei, inklusive Raumakustik von Markus Bertram. Lass uns mal anschließen, bevor der Kaffee hart wird. Genau, wir müssen ja noch ein Thema ansprechen. Genau, aber erstmal auf euch. So, weil letztes Mal gemeckert wurde, wir haben nicht nur Kaffee, wir hatten auch schon Quarkböcher. Ja, aber ich muss tatsächlich auch sagen, das wollte ich eigentlich schon viel früher gemacht haben. In diesem Podcast von Björn, da habe ich schon mal wieder in Rage geredet. Letztes Mal hieß der Titel, ja Björn redet sich in Rage. Da war ich kurz zwei Minuten, meine ich. Da warst du mal voll drauf. Aber tatsächlich gab es einen Kommentar und ich ärgere mich ja immer bei einem von 100. Ja, es gab tatsächlich beim letzten Podcast zwei Kommentare und auch in den letzten Monaten wurden schon immer mal... Wo darüber gesprochen wurde, dass wir sehr oft Off-Topic sind. Off-Topic interpretiere ich jetzt einfach mal, dass wir nicht ausschließlich über Audiozeug sprechen, sondern auch über das, was diese beiden Buddies, die sich sowieso ständig am Telefon unterhalten, so oft besprechen würden. Genau, weil Off-Topic von den Videotiteln waren wir eigentlich ja nie. Nicht wirklich, aber um das nochmal klarzustellen an alle, die auch vielleicht neu dabei sind. Mein Freund und Audio-Ingenieur und Mastering-Ingenieur Björn Schlüter und meinerseits der notorische Autodidakt und auch Audio-Ingenieur und Tuto und sonst was eben wie Jonas Wagner. Wir sind zwei Freunde, die sich ganz oft am Telefon unterhalten und da geht es eben nicht... Mittlerweile nicht mehr. Ja, weil wir viel auch so quatschen, damit wir uns noch mal zu erzählen haben. Aber die sich früher schon viel am Telefon unterhalten haben, es war immer eine Stunde, bis wir entschieden haben, das könnte doch auch unterhaltsam für unsere Zuschauerschaft sein und haben das dann zu einem Podcast gemacht. Das heißt, dieser Podcast ist kein Tutorial, sondern dieser Podcast ist ausdrücklich als Unterhaltungsformat angelegt. Wir sprechen das mal so ganz klar auch in die Kamera, weil es ja wahrscheinlich zu 99% auf unsere ZuschauerInnen zutreffen wird, die natürlich den Recording-Blog YouTube-Kanal kennen, eben als Tutorial, Tipps und Tricks, absolutes quasi praxisbezogenes Fachwissen oder Anwendungsbereiche. Und genau das soll aber dieser Podcast... Das heißt, soll er nicht sein, das wäre jetzt Quatsch. Das wäre er auch. Das wäre er auch. Das heißt, ich habe mit einem Bekannten gesprochen, den ich ganz lange nicht getroffen habe, der auch im großen Bereich Medien unterwegs ist. Ganz liebe Grüße, Christoph. Nach Everswinkel, meine Nachbarstadt. Ja, nach Hamburg dann theoretisch. Der gesagt hat, es geht ja darum, aus dieser Stunde oder aus diesem, was auch immer, an Minuten, gibt es so viel rauszuziehen, wo es nicht eben nur darum geht, wie musst du jetzt genau den Equalizer einstellen und sowas, wenn ihr das braucht. Das ist doch der falsche Platz dafür hier. Das ist ja völlig falsche Platz dafür. Und vor allem, das habe ich letztes Mal auch unter den Kommentaren auch noch drunter geschrieben, es gibt auch oben rechts so ein kleines rotes X in der Ecke deines Browser-Fensters. Das heißt, wir zwingen ja auch niemanden zu. Ja, ich würde so weit gar nicht gehen. Ich schon. Ich würde einfach sagen, pass auf, das ist ja wie bei allen YouTube-Videos. Wenn ich feststelle, okay, alles klar, bringt mir nichts oder unterhält mich nicht oder ich mag die Typen nicht oder der hat eine lange Hose an, warum, ist doch Sommer, ist doch Quatsch. Dann schalte ich ja auch weiter. Mozzarella-Beine finde ich aber auch sehr schön. Das gab es ja auch noch als Kommentar. Ja, Mozzarella-Beine, da war immerhin die Büffelbehaarung auch drauf, von daher kann man nicht so gut sehen. Nee, also wie gesagt, das hier ist ein Unterhaltungsformat und deswegen fühlt euch eingeladen, euch eine Stunde lang unterhalten zu lassen. Und alles Weitere findet ihr sonst in den anderen Videos. Im Premium-Bereich gibt es auch jede Menge Videos. Es gibt unzählige Wissensquellen wie von unserem Freund Timo Krämer, von Paul Marx, von Sachwas. Das gibt es alles, apropos Timo Krämer. Ich bin in Hannover gewesen und war Gastdozent beim SAE. Das kann ich mir jetzt also endlich auch in meine Vita reinschreiben, schon zum zweiten Mal allerdings. Aber ich habe nochmal nachgefragt, ob das so geht. Und tatsächlich haben Timo und ich für seinen Kanal was aufgezeichnet noch. Für meinen Kanal haben wir einen 30 Minuten mit aufgenommen. Könnt ihr euch drauf freuen. Gibt es auf jeden Fall 30 Minuten mit Timo Krämer. So ein bisschen mal hinter die Kulissen gucken, wo er herkommt, was ihn so geprägt hat und so weiter, wie sein Weg bis heute gewesen ist, haben wir uns unterhalten. Und wir haben zusammen in einem Studio gesessen und die Hund ist auch dabei gewesen. Die Hund sitzt übrigens auch oder liegt jetzt gerade hier unten auch auf ihrem Plätzchen. Für alle Leute, die uns zusehen, hin und wieder könnte es passieren, dass das Köpfchen reinguckt. Für alle anderen freut euch einfach, dass wir einen Studio-Hund haben. Und dann sind wir in Hannover gewesen im Studio und haben gequasselt über Audio. Wir haben natürlich auch gequasselt über Social Media, was auch sehr spannend war. Und ich fand es ganz interessant, weil wir haben dann auch ein großes Auditorium vor uns gehabt im SAE, wo dann auch viele interessante Leute gewesen sind, auch aus verschiedensten Bereichen. Also einige waren Audio-Ingeniers, einige waren Game-Designer und so weiter und so fort. Also Medien ist ja sehr weit gefächert beim SAE. Deswegen haben wir da auch lange gesprochen. Und ich denke ja immer so, dass ich nichts weiß. Ich leide ja unter chronischem Imposter-Syndrom. Also dass mir irgendwann einer auf die Schliche kommt, dass ich keine Ahnung habe von dem, was ich mache. Da muss ich ja an Teddy, wer ist er? Teddy Tecklenburg? Nee, Tecklenburg. Tecklenburg-Zahn. Ja, ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine. Da gibt es ja auch so den Spruch von ihm. Ey, wenn die mal rausfinden, dass ich gar keine Ahnung habe von dem, was ich hier tue. Jeder Künstler hat das Irgotiv in dem drin. Bei Teddy ist es definitiv Fishing for Compliments. Bei mir wahrscheinlich auch. Aber ich stelle dann so in verschiedenen Situationen, sagen wir mal, den letzten Song des Monats zum Beispiel, den wollte ich, ich brauchte eigentlich eine Ausgangsbasis für ein YouTube-Video und habe dann gedacht, ich mische den Song des Monats mal eben selber. Wir haben eigentlich einen Gast-Tutor diesen Monat da mit Lothar Herrmann, ein Mischer, der den Song gemischt hat und der auch, mit dem ich auch besucht habe. Das heißt, der macht das Tutorial, ich sitze nur daneben und habe dann aber gedacht, ich mische den nochmal eben selber, ich brauche was zum Zeigen und habe dann zwei Stunden lang mal ohne zu sprechen gemischt. Also einfach nur Kameras angemacht und dann habe ich das dann später auch in den Premium-Bereich gestellt und habe gesagt, das ist der Flieger-an-der-Wand-Modus. Die Amis nennen das Fly-on-the-Wall, also die Lernmethode, Fly-on-the-Wall. Du sitzt hinterm Audio-Ingenieur, hältst die Klappe und guckst einfach nur zu, was der macht. So, du bist die Flieger an der Wand im Studio, du darfst nicht quasseln, du darfst sie nicht ablenken, aber du kannst genau zugucken und zuhören, was der macht. Darüber lernen ganz viele Leute. Deswegen habe ich diese zwei Stunden auch Fly-on-the-Wall genannt und war dann hinterher fasziniert nach diesen zwei Stunden, dass der Mix fertig war, wie gut er geworden ist. Und da habe ich gedacht, naja gut, anscheinend weiß ich ja dann doch, was ich tue. Und die Brücke rüber zum SAE, ja, weiß man ja hin und wieder, aber beim SAE dann auch die Frage zum Thema YouTube, Channel, Social Media etc. Und du fängst an zu quasseln und so, je breiter du das Feld aufmachst. Die Frage war eigentlich ganz simpel, wie startet man heute so einen YouTube-Kanal und was muss ich beachten, wenn ich ein Video hochlade? So, das klingt relativ simpel nach einem drei Minuten Video. Du machst ein Video, du lädst es hoch und dann machst du noch einen Thumbnail-Titel und fertig. Und sobald ich ins Detail gegangen bin, habe ich gemerkt, alter, du bist nur noch am Quasseln und es verzweigt sich an jeder Stelle um tausend, so wie ich halt rede, um tausend Stellen und immer tiefer und tiefer und tiefer. Und dann sitze ich wieder dazu und gucke mir so von außen zu, wie ich so quasi rede und feststelle, da scheint doch mehr dahinter zu sein, als du dir selber zugestehst. Und das wird dir wahrscheinlich auch häufig so geben. Wer kann dir jetzt noch folgen? Das ist dann immer die Schwierigkeit dran zu bleiben und vor allem die Frage des jeweiligen Fragestellers nicht aus den Augen zu verlieren. Aber ich weiß nicht, wie geht dir das denn, wenn du deine Tutorials hier oder wenn du deine Sessions machst, dann fängst du auch an zu sprechen und musst dich dann ja quasi in der Komplexität wahrscheinlich auch aufbremsen, oder? Ja, also ich denke da gerade an die Mastering-Masterclass, die wir vor ein paar Monaten zum Beispiel gemacht haben. Übrigens Link unter dem Video hier, falls ihr bei YouTube zugucken solltet, ist immer noch käuflich zu erwerben. Gerne mal reinschauen und dann denkst du ja auch, okay, in so einer Masterclass, jetzt ist ja Mastering zum Glück etwas überschaubarer inhaltlich jetzt als das Thema Mixing. Also wir reden jetzt über einen Breakdown von einer Session, weil bei einer Session, selbst wenn du nur 40, 50 Spuren hast und wirklich alles erklären willst, was du gemacht hast, dauert das nun mal länger, als wenn du jetzt ein Stereo-Mastering erklärst. Trotzdem, wo fängst du dann an? Das war ja auch so ein bisschen so der Plan, wie ist der Plan? Reden wir jetzt darüber, was jetzt generell, keine Ahnung, das und das Tool ist? Oder setze ich halt voraus, wenn jemand sich mit dem Thema Audio-Mastering wirklich auseinandersetzen will und eine Masterclass bucht? Gut, ich buche mir jetzt ja auch keine Masterclass zu einem Thema, wo ich absolut kein Grundwissen zu habe, dann würde ich mir ja Basic-Basis-Tutorials anschauen. Oder mal einen Workshop machen oder so. Ja, oder würde mich halt erstmal informieren, bevor ich jetzt sage, okay, ich buche jetzt mit einem wirklichen Experten aus dem Bereich mir jetzt eine Stunde oder halt, oder es waren ja irgendwie zwei, anderthalb Stunden, weiß ich gar nicht. Und verstehe halt überhaupt nicht, wovon der da spricht, da habe ich ja nichts von. Also, okay, erklären wir natürlich nicht, was jetzt ein Mitte-Seite-Kompressor ist. Oder wie du ein Schmatzer in Rx-Spectral-Noise die Dingsbums hast, rausrechnest. Ist halt, dann gehen wir davon aus, dass das so, es ist so. Aber trotzdem ist es ja immer wieder schwierig, weil eigentlich musst du ja, um jetzt zu erklären, warum ich jetzt genau bei dieser Frequenz, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, da 3 dB rausgezogen habe. Das kann ich ja, ich kann natürlich sagen, ich habe da 3 dB rausgenommen, weil die Baseform hat mich da gestört. Aber ich müsste ja eigentlich sagen, dass, wo ich dann den Limiter und das und hier und da, da ist mir aufgefallen, dass die Balance dann nicht passte. Aber wenn ich versucht habe, die Balance in die andere Richtung zu bringen, also mehr Mitten, mehr Höhen, dann habe ich das und das festgestellt, der kurze Weg ist einfach nur, ich ziehe da 3 dB raus. Und dann hatten wir ja auch noch so ein Q&A, wo dann nachher einige sagen, ja, woher weißt du das denn? Ja gut, das ist dann etwas, was du auch in einer Masterclass halt nicht erklären kannst. Und wo vielleicht auch, keine Ahnung, ein Kollege XY sagen würde, na gut, ich hätte es vielleicht anders gemacht. Ja, hätte auch. Oder wäre wahrscheinlich auch zum Ziel gekommen. Ja, und vielleicht hätte der Künstler oder der Produzent gesagt, das Master finde ich beide gleich gut. Oder vielleicht sogar das andere besser, weiß man nie. Im Zweifel können sie ja nicht mal sagen, warum, sondern sie können nur sagen, dass. Das hatte ich aber auch letztens. Ja, also, ja, irgendwie, wir sind eigentlich zufrieden, aber nicht zu 100 Prozent, können aber auch nicht sagen, woran es liegt. Könntest du nochmal eine Version machen, wo du denkst, soll ich jetzt raten? Ja, wohin geht. Irgendwie, also, wie kommt man da zusammen? Das ist aber meine Lieblingsfrage. Wie findest du den Mix? Ja, super, super. Ja, aber da weiß man mittlerweile ja auch, was man fragen kann, damit man so ein bisschen näher rankommt. Aber grundsätzlich kann ich das voll verstehen, wenn man anfängt, über Sachen zu quatschen. Und dann hat man ja plötzlich im Kopf wie so ein Baumdiagramm, wo dann, ah, jetzt habe ich das so gesagt, jetzt muss ich aber erst eben noch dann erklären, was das denn überhaupt ist. Und irgendwie, und dann musst du wieder zurückkommen. Und dann sitzen halt so Leute dann davor, geht mir ja, wenn ich mir jetzt irgendwas anschaue zu Themen, wo ich mich nicht auskenne, genauso. Wo ich dann mal denke, so, hä, hat der das schon erklärt? Ich muss noch mal zwei Minuten zurückspulen irgendwie. Ah, okay, den Nebensatz, den hatte ich nicht gehört irgendwie. Oder den habe ich nicht verarbeitet. Und so geht das ja uns genauso. Also selbst wenn wir uns didaktisch aufbereitet hinsetzen, dann machen wir das ja trotzdem immer mit der Brille unseres Wissens. Und so geht das ja allen anderen in ihren Fachgebieten auch so. Ich hatte mal einen Steuerberater als Abschluss zu dem Thema. Die haben ja einen eigenen Genpool, habe ich gehört. Ja, mittlerweile habe ich einen super geilen Steuerberater. Ganz liebe Grüße, Thomas. Bester Steuerberater ever. Nein, zweitbester, weil mein Steuerberater Mike ist der Beste. Vielleicht teilen die sich das Podium da ganz rum. Ich hatte einen in Wilhelmshaven und immer, wenn ich den angerufen habe, das war so, da habe ich die Firma gegründet, habe ich gerade selbstständig gemacht. Immer, wenn ich den angerufen habe, hat er mir das Gefühl gegeben, ich wäre der absolut dümmste Idiot auf der ganzen Welt, weil ich jetzt nicht weiß, keine Ahnung, wie man jetzt eine Umsatzsteuervoranmeldung macht. Ja, aber da hat er doch recht. Also das weißt du wieder. Wo ich dann immer, ich habe mir das dann, ich war auch noch jung, mir hat ein paar Monate angeguckt, habe ich gesagt, weißt du was, ich bezahle dich dafür, dass du das weißt und dass du das für mich machst und nicht damit du mir das erklärst. Genau. Und das fand ich dann auf der anderen Seite, habe ich dann auch immer so gesagt, gibt es ja in unserem Bereich auch so, wenn dir jetzt jemand Spuren schickt und sagt, hier, misch mal meinen Song bitte. Du sagst, alles klar, hier, Rechnung kommt, kostet das und das. Und du hörst dir das an, dann kannst du natürlich denken, ja gut, die Vocals sind out of tune an der Stelle, da eiert die Gitarre. Das wäre viel besser, wenn man das Intro nicht 32 Takte, sondern nur 16 Takte macht, wie auch immer. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja gut, ich bin ja jetzt zum Mischen und nicht zum Produzieren und Arrangieren beauftragt und nicht zum Editieren. Aber kannst du dich da zurückhalten? Ja, ja, das ist ja die Problematik. Aber möchte ich jemandem jetzt seinen Job oder seinen Part erklären, außer jemand sagt hier irgendwie, sag mal irgendwie deine Meinung, wenn dir noch was auffällt, sag gerne Bescheid. Ich habe aber auch, das ist ja immer so diese Diskrepanz, ich habe aber auch Kunden, die schicken was und man denkt so, boah, irgendwie das Gitarren-Solo, das ist so dermaßen laut, das haut mir so in die Ohren. Dann schreibst du ganz freundlich eine E-Mail, dann kommt so, nee, nee, das soll schon so. Okay, hast du mir diesen gefragt. Dann bist du für die nächsten 15 Projekte erstmal wieder so, okay, ich mache jetzt hier nur noch das, was mir geschickt wird. Wobei ich gerade bei Vocals komplett out of tune oder Gitarren out of timing oder sonst was irgendwie, wenn ich dann denke, wenn die mir das schicken und wenn die das nicht gehört haben, dann werden die auch nicht hören, wenn ich das gerade sehe. Weil ich muss das ja für meine Ohren schön machen und im Zweifel muss ich dann im Mix tatsächlich auch mal ein bisschen tiefer einsteigen ins Vocal-Tuning oder ins Gitarren-Timing, wo ich dann sage, okay, jetzt ist es für mich okay. Und dann hinterher heißt es meistens dann, boah, das hast du aber gut hingekriegt. Wo du sagst, okay, ja, alles klar, aber wenn die Basis noch ein bisschen besser vorbereitet gewesen wäre, dann hätte ich es vielleicht noch besser hingekriegt. Das ist ja dann vielleicht im Mixing dann nochmal wieder ein bisschen was anderes. Das stimmt allerdings, ja. Weil ich natürlich dann sagen kann, okay, klar, ich kann das im Mastering natürlich auch irgendwie noch ziemlich verbiegen so, aber natürlich nicht so einfach, als wenn du jetzt die Vocals halt tunst. Und also ich kann im Mastering die Vocals nicht mehr tunen. Das klingt aber scheiße. Ja, zumindest. Wenn jemand weiß, wie das funktioniert, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich glaube, das dauert gar nicht mehr so lange. Wir reden ja immer oft über AI und so weiter. Ja, ja, ich meine, klar, gibt es mit Sicherheit da weniger. Habe ich aber schon mal probiert, funktioniert aber nicht. Also habe ich tatsächlich schon mal probiert, weil ich wollte eigentlich nur dem Gegenüber sagen, pass mal auf, wenn du das Timing hier jetzt ein bisschen besser anpassen würdest, dann wäre es insgesamt der Song sehr viel tighter. Und habe dann das quasi rausgerechnet, das dann einmal schnell durcheditiert irgendwie und wieder zurückgerechnet, aber dann hat das nicht mehr übereinander gepasst. Also Music Rebalance hat dann da nicht mehr funktioniert. Ja, du kannst dir ja anhören, was da ja noch zusätzlich mit rausgerechnet wird dann. Oder in dem Stem dann drin bleibt. Also nochmal hier, Music Rebalance oder Mastering. Master Rebalance heißt das Plugins, glaube ich. Music Rebalance heißt das dann in RX, also in der Oberfläche. Das heißt tatsächlich unterschiedlich. Da kannst du dann Sachen separieren, nur die Vocals, nur den Bass. Aber wenn man sich das dann mal wirklich anhört, dann hört man ja, dass da nicht jetzt nur die Vocals sind. Nein, das sind auch Artefakte von anderem. Wobei das in letzter Zeit, also ich habe es den Eindruck, bei RX11 ist es noch viel besser geworden, weil da kann man auch richtig gut Hallfahnen hören und so weiter vom Gesang. Aber da wird noch einiges kommen und Steinberg ist da sogar noch ein bisschen weiter. Spectral heißt das, glaube ich, das Programm. Sieht ähnlich aus wie RX und kann sogar schon bei zwei gleichzeitig laufenden Stimmen die auseinanderrechnen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wo das noch rauskommt, dass man tatsächlich demnächst alles trennen kann. Dann kann man quasi wie bei, ich weiß nicht, den Film Blade Runner, kennst du den noch? Ich habe den gesehen, ist aber schon ewig geil. Ja gut, also mit Harrison Ford Anfang der 90er. Da kam dann Mitte der 90er Jahre, kam dann ein Computerspiel dazu raus, zu Blade Runner, aus diesem Blade Runner Universum. Superspiel damals, also in meiner verklärten Erinnerung auch heute noch ein Superspiel. Vor allem, weil der Soundtrack auch in dem Spiel von Vangelis kam und ein super geiler Soundtrack ist. Auf jeden Fall gab es in diesem Spiel die Möglichkeit, du kamst in einen Raum rein oder hast ein Foto von einem Raum bekommen, wo du jetzt analysieren musstest als Detective, wer auch immer du warst, irgendwie, was ist da jetzt passiert in diesem Raum? Und man konnte dann mit dieser Technik, die die damals hatten, dann die Perspektive auf diesem Foto so weit umrechnen, dass man auch hinter eine Wand gucken konnte. Das konnte das Ding dazu rechnen. Also ist ja ein Film aus der Zukunft gewesen. Aber 2100, irgendwann spielt das. Und ich glaube, so lange müssen wir gar nicht mehr warten, dass wir demnächst bei Fotos auch das hinter den Wänden noch dazu rechnen können. Zumindest, dass die KI vor sich hin fabuliert und da rein rechnet. Wo man ja, wenn du ein Foto mit abgeschnittenen Füßen hast, kannst du ja auch schon Füße dran montieren lassen oder sonst irgendeinen Blödsinn. Da kommt auf jeden Fall einiges. Aber dieses Verbiegen ist vielleicht auch ein spannender Übergang zu dem Thema, was ich gestern in einer Office-Hour hatte. Habe ich gerade schon gesagt, wir haben diese Office-Hours da auch im Premium-Bereich. Und der liebe Christoph hat mich nochmal zum Thema Mitte-Seite gefragt, mit dem wir gestern Office-Hour hatten. Und ich habe ihm das technisch erklärt, also die Mathematik dahinter. Die ja recht simpel ist. Genau, aber wenn die dir einer erzählt, also wenn du sie nicht direkt verstanden hast und dir einer so erzählt, dann stehst du erstmal davor und sagst, hä? Und dann habe ich aber in der Office-Hour im Verlauf des Gesprächs herausbekommen, dass ihn die technische Seite gar nicht so interessiert hat, sondern er hat gedacht, die reden da so oft drüber. Also Björn und Jonas reden in jedem Podcast über Mitte-Seite. Weil, das muss ja wichtig sein. Ist das so? Ja, anscheinend. Oh je. Auf jeden Fall, im letzten Podcast haben wir auf jeden Fall drüber gesprochen. Und anscheinend scheint das so wichtig zu sein, dass das mein Mixing nach vorne bringt. Und dann habe ich erstmal kurz überlegt und habe gedacht, ah, vielleicht müssen wir erstmal kurz die Relevanz von dem Thema einordnen. Weil, das ist natürlich schon ein bisschen fortschrittliches Eingreifen in Audio-Material, das zu trennen eben nicht zwischen links und rechts, sondern zwischen Mitte und Seite. Oder wie ich eben gesagt habe, für mich erklärender ist der Begriff Summe und Differenz, den ich viel pragmatischer und ehrlicher finde, auch wenn alle von MS reden, also von Mitte-Seite in dem Fall. Und Summe und Differenz finde ich viel prägnanter. Und ich kann dir jetzt die Matrix ruckizucki zusammenbauen. Wir können uns jetzt hinsetzen, Studio One habe ich gleich eine Matrix für einen Song aufgebaut, wo ich Mitte-Seite voneinander ohne Plug-Ins getrennt habe, ohne schlimme Plug-Ins getrennt habe. Also, was heißt schlimme? Nee, ich habe gestern BX Solo einfach genommen, um einfach kurz das Seidematerial zu machen. Und habe jetzt nicht plus, minus und minus, plus und sonst was irgendwie gemacht, sondern einfach so geschenkt. Aber mir ist dann im Gespräch aufgefallen, dass man vielleicht nochmal die Relevanz von dem Thema einordnen soll. Oder ob das vielleicht für viele im Mixing-Bereich einfach in den Bereich unnützes Wissen gehört. So nach dem Motto, weißt du, ich weiß zwar, wie man Achtzylinder repariert, aber ich habe ja gar keinen Achtzylinder. Das heißt also, toll für mich, dass ich das weiß, aber kaufen kann ich mir dafür nichts. Also es hilft mir nirgendwo. Ja, also ich sage mal, Mitte-Seite erstmal, Grundvoraussetzung, ist ja etwas, was nur bei einem Stereo-Signal relevant ist. Das heißt, wenn ich ein Mono-Signal habe, reden wir jetzt mal über die klassische Rockband-Produktion. Also ein fertiger Song schon, wo die ganze Band spielt. Ja, nehmen wir mal den Klassiker, ich sage jetzt mal, ich weiß ja nicht, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so machen. Ich unterteile es jetzt mal in zwei grundsätzliche Gebiete. Ich sage jetzt mal so die typische, muss nicht Rockband sein, aber die typische Situation, jemand nimmt oder mehrere Leute nehmen etwas auf im Sinne von, ich stelle ein Mikrofon vor eine Trommel, vor eine Gitarre, vor einen Gitarrenverstärker, vor ein Gesicht, um damit Gesang aufzunehmen, vor eine Geige, vor was auch immer. So, dann hast du ja erstmal sehr, sehr viele Mono-Signale für den Mix. Was schon mal gut ist. Selbst wenn du jetzt deinen Gitarrenverstärker mit 27 Mikrofonen aufnimmst, hast du erstmal 27 Mono-Signale. So, das heißt, in diesem Szenario brauchst du über Mitte Seite gar nicht nachdenken. Zumindest nicht auf der einzelnen Spur. Ja, genau. Wir reden ja dann über den Mixing-Prozess. Da kann ich ja beeinflussen, anhand des Tom-Mikrofons von Tom 1, kann ich ja alles damit beeinflussen, wo die im Panorama stattfindet. Und auf der einzelnen Spur brauchst du nicht drüber nachdenken, es sei denn, du hast eine Stereo-Spur vorliegen. Genau, wenn du eine Stereo-Spur hast, die du selber aufgenommen hast und musst Mitte-Seite-Tools benutzen, dann würde ich lieber nochmal die Stereo-Spur wahrscheinlich aufnehmen. Nein, stimmt auch nicht. Stimmt auch nicht zu 100 Prozent. Aber wenn du ein Overhead hast, ist ja quasi eine Stereo-Spur. Genau, je nachdem, wie du es aufgenommen hast, wenn du einfach Space-Pair, also einfach zwei Mikros, eins links, eins rechts hingestellt hast, dann auch schon wieder schwierig, wenn du jetzt natürlich XY-Mikrofonierung oder ORTF, also das sind dann die wirklichen Stereo-Mikrofonierung. Und wir steigen schon wieder tief ein. Ja, du merkst, ich spreche ORTF aus und denke, ich muss jetzt erstmal erklären, was das ist. Nee, brauchst du nicht, machen wir nicht weiter, wir sind ja bei MS. Wir sind bei MS, das reicht ja auch als Thema. Dann gibt es so die zweite Gruppe, sag ich jetzt mal, die ganz hier mit Samples, Loops, VST-Instrumenten, was weiß ich was, arbeiten, wo ganz, ganz viel, also wirklich sehr, sehr viel Stereo ist. Ganz oft ja auch das Kick-Sample schon Stereo ist oder, weiß ich nicht, die Vocals, die aus irgendeinem Plugin da rauskommen oder aus irgendeinem Loop oder so rauskommen. Und da wiederum sehe ich sehr viel Bedarf für MS-Tools. Also bei Loops bin ich voll bei dir. Genau. Oder auch bei einzelnen Vocal-Samples oder so schon, weil ganz oft hast du ja irgendwie so ein Sample, wo dann auch schon Räume und sowas drauf sind, die ja, wenn du dann in dem Fall, du bist dann nicht zufrieden mit oder das ist dir zu viel oder zu wenig oder was auch immer. Und du möchtest jetzt nicht noch zusätzlich einen Hall draufschmeißen oder irgendwie Hall rausrechnen mit irgendwelchen Artefakten, kannst du natürlich schon mal sagen, okay, ich packe jetzt einen MS-Equalizer auf diese Vocals, weil ich möchte die Vocals deutlich präsenter haben, aber ich möchte natürlich den ganzen Hall nicht bei 4 kHz hervorheben. Oder ich möchte den Stereo-Hall auf den Seiten entsumpfen, weil der viel zu tief runterbrummelt. So, zum Beispiel. Das wäre ein etwas oder halt, weiß ich nicht, ein Drum-Loop, wo im Seitensignal die Hi-Hat ist, die mir das Ohr bei 14 kHz zuballert oder sowas. In dem Zusammenhang übrigens, ich habe mal ein Video dazu gemacht zum Thema Mitte-Seite-Equalizer und wofür man ihn gebrauchen kann. Das empfehle ich vielleicht nochmal und ich verlinke das auch nochmal unten in den Shownotes, damit das auch Sinn macht, dass es auch nachvollziehbar ist für alle anderen, die da mal nochmal tiefer einsteigen wollen. Und wir können es aber runterbrechen, es ist oft hilfreich, wenn du ein fertig produziertes Stereo-Teil schon vorliegen hast. Natürlich kann ich auch einen Stereo-Synthesizer, den ich jetzt zum Beispiel als Plug-in habe und so weiter, auch mit Mitte-Seite bearbeiten, wenn ich das will. Aber ich habe den Eindruck irgendwie, dass das der dritte oder vierte Schritt ist, wenn du wirklich ein Problem hast, was du anders nicht gelöst kriegst, um dann auch mal die Komplexität einzuordnen. Also bevor du beim Feinstrich ankommst, um nochmal das Bild vom ganzen Anfang zu machen, solltest du erstmal vorher die ganzen groben Schritte machen. Und wenn du dann immer noch Bedarf hast, irgendwas zu verändern, dann kommt irgendwann vielleicht auch der Bereich, wo du Mitte-Seite-Bearbeitung machst. Oder eben, du bist ein Mastering-Engineer. Ja gut, das ist was anderes, klar. Aber da ist es ja durchaus ein gängiges, hilfreiches Tool, um nochmal Einflüsse auf Stereo-Stamps oder einen kompletten Stereo-Mix zu nehmen. Und da reden wir dann aber wieder über Mastering, wo wir jetzt nochmal weiter vom Feinspachtel entfernt sind und quasi schon beim Stuckateur sind, wenn man das mal so nennen möchte. Das ist der Stuckateur, der Audio-Engineer ist. Kann ich mir auch noch gut vorstellen. Nein, ich wollte das nur in der Komplexität einfach mal in Ordnung. Und es ist nice to know, also gut zu wissen im Prinzip. Aber es ist vor allem, das ist im Werkzeugkasten, ist das nicht das erste Tool, zu dem du greifst. Genau, aber es ist halt, MS ist glaube ich etwas, also dieses, jetzt hängt mich nicht auf, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren sich da mal jemand überlegt hat, dass man damit irgendwie Klangverarbeitung... Wahrscheinlich Bob Cutts in seinem weltberühmten Buch Mastering. Ja, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, so seit, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, neun Jahren hat das plötzlich eine ganz neue Dimension an Wichtigkeit erlangt. Seitdem ist jedes Plugin jetzt auch mit MS gibt. Und bei Plugin Alliance ist ja irgendwie gefühlt so, alles ist jetzt auch mit MS. Und das ist ja der große Vorteil, wenn man das dann auch MS hat und weiß ich nicht. Ja klar, also wie gesagt, für mein Leben ist das wirklich so. Also ich freue mich, wenn ich ein ganz doofes Beispiel, ein Bex EQ, Bexendel Ecolasor. Wir reden ja oft über den Akustiker Audio Coral Baxter, den ihr auch gerade hört auf unseren Stimmen. Den loben wir ganz oft, der ist kostenlos. So ist aber True Stereo, heißt, du hast nur einen Knopf, an dem du drehst für tiefe Frequenzen und die sind dann auf beiden Seiten, links und rechts oder eben auch Mitte Seite gleich angehoben. Ich freue mich aber total, ich benutze sehr gerne Bexendel Equalizer, aber ich benutze die eigentlich zu 90 Prozent in Mitte Seite. Weil ich ganz oft damit eine Präsenz herstelle, eine gewisse Präsenz und Verständlichkeit und Nähe und so. Das brauche ich dann aber ganz oft eigentlich nur im Summierten, also in dem Mittensignal, weil ich die Stimme natürlich packen will oder so und nicht die Hi-Hats und Shaker, weiß ich nicht. Oder ich will eben im Seitensignal den Mumpf irgendwie rausdrehen mit einer flachen Kurve. Dann nehme ich halt das Seitensignal und mache das unten und unten raus. Und kann man den Coral Baxter jetzt auf Seite und Mitte umschalten? Ja, wenn du die kostenpflichtige Variante hast. Das ist ja auch legitim, definitiv. So, aber da gibt es ja dann auch wieder tausend andere Möglichkeiten noch, das zu machen. Aber guck mal, für 90 Prozent der Leute ist das aber wirklich nicht relevant, die jetzt Musik produzieren oder sowas. Weil der Punkt, wo du ja dann eingreifst mit einer Mitte Seite EQ zum Beispiel, das sind ja oftmals Punkte, die du in der Produktion oder im Mix mit einem ganz anderen Tool bearbeiten könntest. Weil ich möchte jetzt in einem Stereo-Mix irgendwie an die Vocals rankommen oder an Frequenzbereiche der Vocals rankommen, ohne jetzt zu sehr die Hi-Hats und Shaker zu machen. Was machst du halt im Mix? Gehst halt auf die Vocalspur und packst da irgendein Stock-EQ drauf und hebst bei 4 Kilo jetzt ein dB an. Dann hast du ja die Infektion. Bitteschön, ja, ganz genau. Das heißt, macht euch da nicht zu viele Gedanken über dieses Thema. Wir reden vielleicht oft darüber, weil es natürlich zumindest in meinem Leben sehr häufig vorkommt, dass ich damit arbeite und dass das halt für mich große Vorteile mit sich bringt. Aber ich sag mal, ihr könnt ja auch mal gerne, wir können ja die Interaktivität hier mal steigern, könnt ihr gerne mal drunter schreiben, wenn ihr jetzt bei YouTube seid, wie oft ihr wirklich Mitte Seite Tools, ob das Kompression, Equalizer, wie oft ihr das wirklich benutzt. Weil ich glaube, vieles davon ist auch so ein bisschen Mysterium. Das habe ich mal irgendwo gehört, das muss ja gut sein. Der hat gesagt, dann muss das ja wichtig sein. Oder ich habe immer gehört hier, Stereoverbreiterung macht man ja immer. Nee, nee, da mache ich nicht mit. Psychoakustik-Zeugs. Ich nehme immer nur von BX hier den, wie heißt dieser EQ da, dieser MS-EQ auch. V3, digital. Ja, ich mache da nur den Stereo-Wiff-Knopf, weil ich habe das gesehen, der macht ja dann was ganz anderes. Ja, der macht genau das Gleiche, was alle machen. Genau, da ist die Matrix-Seite da einfach gebaut. Du hast MS, du hast zwei Signale, du hast zwei Fader und wenn du da jetzt von 100 auf 120 Prozent stellst, dann hebst du halt den Fader vom Seitensignal um, weiß ich nicht, ein dB halt an. Ja. Das war tatsächlich einer der ersten Equalizer, die ich mir von der Plug-In Alliance gekauft habe, der V2. Mittlerweile ist er ja als V3 rausgekommen und ehrlich gesagt, was für ein Wahnsinn hat mich geritten. Das Ding steht nur aus Knöpfen. Das heißt, wenn du dir als Anfänger dieses Teil kommst und du stehst davor und denkst, ach du Scheiße irgendwie. Dann hast du 150 Euro ausgegeben, weil du gedacht hast, die werden gut angelegt irgendwie und stehst davor und denkst, auweia, ich habe keine Ahnung. Also es ist ohne Worte, wirklich ohne Worte dieses Teil. Jetzt musst du dir vorstellen. Der kann tolle Dinge mittlerweile. Zwei Mal. Ja, ich habe den als V2, V3 und ich habe da auch schon ein Video zugemacht. Nee, ich habe den bei UAD und bei Plug-In. Auch noch, ja. Ich weiß auch nicht genau, warum. Nein, der ist ja ein toller Equalizer, machen wir uns nichts vor. Wenn du erst mal verstanden hast, wie das funktioniert und so weiter und der ist auch mit der Seite tauchlich und hat auch den Stereoverbreiter und so weiter und so fort. Der ist ja mit der Seite, der ist ja gar kein Stereo-Equalizer. Stimmt, der hat ja links, Mitte und Rechtsseite, genau. Genau. Und was für ein Wahnsinn sich dieses Ding zu kaufen. Anstatt mir den Stock-Pultec-Klon in Studio One mal genauer anzugucken, weil der nämlich auch hilfreich ist irgendwie. Habe ich gedacht, das würde meine Mixer verbessern? Natürlich nicht. Den habe ich gekauft, versucht, nicht verstanden, zur Seite gepackt, vier Jahre, fünf, zehn Jahre ignoriert. Und Geld ausgegeben für Blödsinn. Die zehn Jahre hätte ich lieber einem Tutor in die Hand gedrückt und die 150 Euro meine ich. Aber das haben wir auch schon oft, aber auch schon lange nicht mehr thematisiert. Dass man viel zu viel Geld in Plug-ins verbrannt hat. Ja, ich habe einen Spruch, den ich eigentlich am Schluss vom Podcast immer mal bringen wollte, aber den bringe ich jetzt einfach mal zwischendurch. Tom Lord Algy, der Bruder von Chris Lord Algy, der hat mal gesagt, it's not your gear, it's your ear and how you use it. Also für die Leute, die nicht Englisch sprechen, es ist nicht dein Equipment, es ist dein Ohr und wie du es benutzt. Es sind Leute, die kein Englisch sprechen. Es ist nicht dein Equipment. Ja, stimmt, genau. Es ist nicht deine Ausrüstung. Du warst eigentlich aus dem schönen alten deutschen Wort Trainer geworden. Heute sagt man immer Coach. Dann ist so wie mal Opa gesagt hat, wir trinken nur deutschen Kaffee von Chivo. Ja, wäre geschenkt. Aber it's not your gear, it's your ear, hat er gesagt. Und darum geht es letztendlich. Und das ist der Teil, wo wir wieder zum Anfang zurückkommen. Wir können uns heute im Kreis drehen irgendwie. Du kannst das mit der Zeit, das kannst du nicht aufhalten. Du kannst nur dranbleiben, den Frust zur Seite kehren, die Schmerzen, Blutschweiß und Tränen zur Seite kehren und irgendwann dich freuen, dass es funktioniert. Deswegen bin ich da ganz begeistert. Deswegen vielen Dank nochmal. Und für alle Leute, die bei MS wirklich Probleme haben, also bei Mitte Seite Probleme haben oder Summen und Differenz, wie ich es lieber nenne, entspannt euch. Es ist wirklich nicht so hoch zu hängen, wie es ganz oft gehängt wird. Also von daher wirklich Ruhe. Das ist nicht Salz und Pfeffer. Das ist nicht Salz und Pfeffer. Ruhe nochmal in die ganze Bude reinzubringen. Aber Ruhe reinbringen können wir jetzt auch in ein weiteres Thema. Wobei Ruhe, ja, es ist schon sehr ruhig, wenn wir über den nächsten Song sprechen, den du vorbereitet hast. Bevor wir das heute wieder nicht schaffen, irgendwie weil wir uns verquatschen, würde ich sagen, läuten wir doch mal ein. Die Rubrik. Song des Monats. Jawohl, letztes Mal, wir haben es dann ja angeteasert noch zum Schluss. Hast verquasselt. Genau. Ich fand die Idee übrigens super, dass du gesagt hast. Wir machen jetzt zwei Wochen vorher, sagen wir schon mal, welcher Song ist. Habe ich nur heute die Bredouille gebracht, rüber zu denken, welchen Song ich nächste Mal mache. Ja, ich weiß schon. Gut, wir können ja alternieren. Über welchen Song sprechen wir. Wir haben ja schon angeteasert, dass wir über No Sanctuary hier von Chris Jones sprechen. Genau. Und ein Song, der mich schon Ewigkeiten irgendwie, also seitdem ich zum ersten Mal so richtig in einem Studio gesessen habe, in meinem Leben, begleitet mich dieser Song. Also da wurde der dir schon als Referenz vorgespielt. Genau, da wurde mir dieser Song als Referenz vorgespielt. Da wurde der väterlich die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, wenn du mal irgendwann groß bist, dann kannst du das auch. Und einen Podcast machst. Dann musst du über diesen Song erzählen. Nee, dann kannst du auch so Musik mischen, dass sie so klingt. Ja, quasi. Und damit ich nicht so viel Quatsch erzähle, habe ich mir überlegt, ich schreibe mir mal wieder zweieinhalb Sachen auf, die ich dann nicht benutzen werde, sondern andere Sachen. Nein, also der Song ist aus den frühen 2000ern auf jeden Fall. Von 2003 und der liebe Chris Jones ist leider schon zwei Jahre später gestorben. Fangen wir mal mit dem traurigen Teil an, bevor wir über die Musik sprechen, weil ich habe tatsächlich jetzt dadurch, dass ich ja noch mal zwei Wochen länger Zeit hatte, mich mit dem Song zu beschäftigen, herausgefunden, dass der Chris Jones zum einen als amerikanischer Soldat in Deutschland stationiert war und dass der Chris Jones auch in Deutschland gestorben ist. Und leider komplett verarmt, weil er keine Krankenversicherung hat. Das muss man sich ja mal überlegen, dass Anfang der 2000er Amerikaner, also ein erfolgreicher amerikanischer Musiker, muss man ja schon so sagen. Klar ist das jetzt nicht Bruce Springsteen oder so, aber mit Sicherheit kein erfolgreicher Musiker, keine Krankenversicherung hat. Der wurde dann schwer krank. Ich habe leider vergessen, wie die Krankheit heißt. Und die Behandlungskosten konnte er nicht bezahlen. Also haben Freunde, Familie und vor allem ganz, ganz viele Künstlerkolleginnen dann für ihn das bezahlt. Es gab auch mehrere Soli-Konzerte und sowas für ihn. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und was ich dann auch herausgefunden habe, mit wem er so gearbeitet hat in der Zeit, wo er auch vor allem in Deutschland war. Reinhard May zum Beispiel. Ja, der war und ist ja eine Ikone. Ja, total verrückt auf jeden Fall. Und was auch verrückt ist, wie vielseitig dieser Musiker Chris Jones vor allem war. Viele kennen ihn als Blues-Gitarristen. Ja, Folk, Blues. Folk, Blues, Jazz. Aber er hat auch die typische Popmusik-Gitarre der 70er Jahre auch bedient. Ach echt? Ja, ja, klar. Also wie gesagt, Reinhard May, verträumte Sachen. Der Mörder ist immer der Gärtner, war mein Liebling. Ja, er hat auch sehr, er hat, glaube ich, sehr gut verstanden, verschieden, also sein Talent, was er keine Frage hatte, deutlich, halt einzusetzen und auch immer der Sache, die nicht zu machen. Und ich finde, das hört man auch bei dem Song No Sanctuary hier brutal, weil es ist ein super minimalistischer Song. Wir haben eine Akustikgitarre, wir haben einen Bass, wir haben eine Orgel und wir haben zwei Percussion-Elemente. Und den Chor halt. Genau, wie gesagt, und einen nicht unerheblich geilen Chor. Ja, in der Tat. Also ich hoffe, ihr habt vielleicht nach dem Teaser von vor zwei Wochen auch mal reingehört in den Song. Wenn nicht, dann macht das auf jeden Fall jetzt. Und ich finde halt bei dem Song die Balance, die Frequenz-Balance, obwohl wir eben so wenig Instrumente in Anführungsstrichen haben und jetzt kein klassisches, super tiefes Instrument. Wir haben trotzdem ein... Bitte? Wie bitte? Wir haben kein super tiefes Instrument. Ja, wir haben den E-Bass, ja. Der ist nicht tief? Doch, der ist tief, aber ich meine jetzt im Sinne von submoderne Produktion, wo wir im Verhältnis Frequenz-Balance gesprochen jetzt genauso viel Bass- und Subbass-Anteil haben wie mitten aus. Okay, verstanden. Sorry, ja. Es ist ja wirklich ein Akustik-Song, kann man das ja nennen. Akustik-Blues, Akustik-Folk, wie auch immer. Genau, und es ist enorm tief vom Sound her. Genau. Also das fasziniert mich auf jeden Fall auch an dem Song, weswegen ich ihn auch immer wieder gerne höre, wenn ich meine Ohren ein bisschen neutralisieren will, wenn ich ein bisschen einfach reinkommen will, wenn ich morgens ins Studio komme oder sowas, dann läuft der Song ganz, ganz oft. Wie die übliche Tasse Kaffee morgens, ne? Ganz genau. Ich habe da so zwei, drei Songs, zwei haben wir jetzt schon besprochen, also den und Get Lucky. Ja. Und definitiv die zweite Sache, also Klangtiefe und generell eben die Balance, aber vor allem auch die Details in dem Ding. Ja, ich meine, dafür ist natürlich auch Platz da, ne, weil eben nicht alles weggebrettert wird durch unendlich viele verzerrte Gitarren und eine Bassdrum, die dich von hier bis übermorgen schubst, ne? Genau. Ja, also wirklich faszinierend. Also diese Details, Shaker, Tambourin und vor allem Gitarren, Saiten, ne? Ja, man hört das Saitenquietschen. Saitenquietschen und auch eben den Anschlag der Saiten, das ist ja schon fast wie eine Hyatt, sag ich jetzt mal. Also wie ein hohes rhythmisches Element, was dauerhaft auch quasi durch den Song trägt. Ja. Was aber niemals künstlich, oftmals hat man das ja so bei so Akustikgitarren, finde ich, dass diese total über-processed klingt, wo du dann so wirklich denkst, okay, so klingt eine. Ja, und die auch so stark komprimiert sind, also auch in solchen Settings, also wo eigentlich relativ wenig los ist, so stark komprimiert sind, dass du den Eindruck hast, das Instrument atmet überhaupt gar nicht mehr, sondern es steht einfach an seinem Punkt, wo ich dann denke, ja, aber es ist ja, es braucht ja gar keinen Platz, es ist Platz genug da irgendwie, ich muss es nicht festnageln irgendwie, ne? Ja, das ist schon wirklich cool, also diese Gitarre und vor allem halt immer dieses, dieser, es gibt da einen Shaker, der ja dann quasi in Achtel oder Sechzehntel dann irgendwie auch mal eine Zeit lang durchspielt, aber vorher gibt es ja immer quasi auf der 4, auf der CZ 4 dieses Tambourin und vor dem Tambourin kommt quasi so ein Shaker-Roll. Ja. Ne, so 1, 2, 3, ne? Und dann auf der 4 kommt quasi das Tambourin und ich finde, das klingt so enorm, wie sagt man das denn? Ist plastisch das richtige Wort? Das ist so, als könnte ich das greifen, dass da jetzt irgendwie genau da dieses Tambourin stattfindet. Ich finde das total faszinierend, wenn man da wirklich die Augen zumacht, auf einer grünen Anlage unterwegs ist, du siehst genau, wo die Musiker stehen oder wie sie so vor dir sitzen irgendwie. Ja, oder andersrum, wenn du es als Referenz benutzt, wenn du in einer anderen Anlage bist und du kannst es da nicht so gut hören, dann weißt du auf welchem Niveau die Anlage oder der Kopfhörer in dem Fall funkt. Ja, und das ist ja dann der nächste große Punkt, woher ich das dann auch kenne als Referenz. Es gibt ja diese super tiefen Chöre. Ja. Im Chorus, genau. Boah. Genau, also das ist ja wirklich irgendwie 180, 70 Hertz, soweit geht das dann wirklich runter, wobei so der Hauptdruckpunkt da irgendwie so 100, 120 Hertz so die Ecke sind. Ja, es wirkt tiefer als es ist. Es wirkt tiefer, genau. Also man denkt wirklich, es wäre ganz, ganz unten. Und ich benutze es tatsächlich oder habe es in der Vergangenheit auch ganz oft benutzt live, also für PA-Systeme. Super. Weil meistens ist ja genau dieser Frequenzbereich oder oftmals der kritische Punkt in den allermeisten Hallen, in denen man so unterwegs ist. In den allermeisten Hallen ist jetzt nicht 37,5 Hertz das Problem, sondern ganz oft eher dieser obere Bass bzw. untere Mittenbereich, weil sehr oft da dröhnen und sowas entsteht. Und deswegen habe ich es ganz oft benutzt, um die Anlage bzw. die Halle dann in diesem Bereich dann meist irgendwie klassischerweise grafischer IQ oder sowas. Gangbar zu machen, genau. Ganz genau, gangbar zu machen. Und das funktioniert wirklich super, super gut. Und deswegen ist dieser Song bei super vielen Live-Mischern auf der Referenz-Playlist oder auf dem USB-Stick oder wie auch immer. Also ich habe selber als Musiker schon so oft irgendwo gehört, du sitzt da, baust auf irgendwie oder lädst aus oder so und du hörst, ah, Chris Jones, ja, hast rein, hundertprozentig. Ja, also das ist auf jeden Fall super spannend. Was habe ich noch aufgeschrieben? Das sind so die Hauptpunkte. Am meisten fasziniert mich auf jeden Fall die klangliche Tiefe dahinter und eben dieser Detailreichtum, wie du die Positionierung der einzelnen Elemente machen kannst und dass du immer das Gefühl hast, dass eigentlich viel mehr stattfindet, als das hier stattfindet. Ja, genau. Also es wirkt nicht leer. Ich finde die Räumlichkeit unfassbar gut gelungen. Das heißt, die Räume, die gewählt wurden für die einzelnen Instrumente, um auch die Schichtung hinzukriegen von vorne nach hinten, finde ich sensationell. Ich finde, ich für mich persönlich habe mal wieder gelernt, ist, dass wenn du ein fettes Low-End haben willst, dass es wichtig ist, in welcher Tonart du einen Song anlegst. Denn der Song ist in C und der ist auf dem Bass gespielt, der muss auf einem Sechsseiter gespielt worden sein, weil das C liegt nun mal unterm E und die E-Seite ist bei einem Vierseiter Bass ist das C nicht erreichbar. Selbst wenn du einen Drop-D-Schalter hast, kommst du nur auf D runter und der Song ist in C und geht dann runter aufs H nochmal. Das heißt, das ist, nee, aufs B geht er runter sogar. H, C, aufs B geht er runter. Und also B, B, B. Wie heißt das auf Deutsch? H? Ist auch egal. Auf Deutsch heißt es B. Ja, ist auch egal. Und auf allen anderen. Ich und Tonleiter, weißt du, wir stehen total auf Kriegsflug. Es ist, glaube ich, das, also es geht vom C ein ganz Ton runter. Jetzt helfen wir doch mal eben. Naja, also in Deutsch oder in Europa sagen wir dazu B. Ja, genau. Weil der Ton unter C bei uns H heißt. Ja, genau. Im englischsprachigen Bereich heißt der Ton unter C, aber, warte mal, wie war das nochmal? B, ne? Ich meine, also das B mit dem B, meine ich. Ja, genau. B mit Bchen. Genau, weil, genau, jetzt haben wir es wieder, dass es, glaube ich, kein H gibt, ne? Im amerikanischen System gibt es, glaube ich, das H nicht. Also der Ton unter C ist ein normales B ohne zusätzliches Bchen. Irgendwie so ein Geschenk. Auf jeden Fall von C geht das nochmal C ganz Ton runter, nochmal rauf. So, also, wie gesagt, mit Noten habe ich es nicht so. Aber vom C an ganz Ton runter. Und das kannst du nur auf einem dicken E-Bass spielen. Und natürlich klingt dieser E-Bass unglaublich fett und rund untenrum, weil der natürlich so viel tiefer gespielt ist als ein Rocksong, der vielleicht in A gespielt ist. Weil da kommst du mit dem Bass einfach nicht hin, ne? Also das fand ich faszinierend. Da bist du dann schon mal locker wieder fast eine, ja, eine Septime höher unterwegs insgesamt, ne? Dann die Dynamik, die in dem Song drin ist. Also jetzt nicht nur die, also lautstärketechnisch ist das ja gar nicht so unfassbar dynamisch, dass es rauf und runter geht. Naja, da ist auch schon mit Kompression und mit Limiter. Gearbeitet worden, ja. Aber was sich vor allem faszinierend ist, dieser, diesen Anlauf, den sie nehmen, zum Refrain quasi. Wo der Bass dann plötzlich auf Achtel umschaltet, ne? Und dann wieder zurückzufallen, wirklich diese Rampe da zu bauen. Ich kriege gerade noch Gänsehaut, weil das so geil gebaut ist. Es ist kein Schlagzeug da. Es ist nichts, was sonst Drive machen würde. Und im Hintergrund spielt die ganze Zeit eine Gitarre, die man nicht immer so wahrnimmt. Die macht immer, die macht Gerufen, ne? Ganz am Schluss im Auslaufen hörst du so nochmal besser. Und insgesamt, also klanglich ein Hochgenuss, muss man wirklich sagen. Eine Produktion von 2003 ist also 21 Jahre alt. Da hört man dann auch mal, auf welchem Niveau damals auch schon gearbeitet wurde. Das war ja CD-Zeitalter natürlich, 2003. Aber ich finde sensationell, wie das Ding klingt. Deswegen vielen Dank für den Hinweis, in meiner Zeit als Top-40-Musiker haben wir nur Steely den Babylon Sister gehört. Damit wurde die Anlage eingerauscht, was ein anderes Prinzip ist, weil da eben keine langgezogenen Basstöne sind, sondern boop, boop, boop. Obwohl, das ist eine Kombination aus kurzen und langen Basstönen. Aber wenn ich Babylon Sister höre, dann komme ich gerade ins Festzelt rein, zur Arbeit. Entschuldigung, das nur am Rande. Ja, ich habe da noch so zwei, drei andere für die PA. Okay, alles klar. Dann können wir ja beim nächsten Mal drüber sprechen. Beim nächsten Mal werden wir dann wieder über meinen Song sprechen. Teaserst du den jetzt auch an? Ja, natürlich teaser ich den an. Das war doch die Idee, die du das letzte Mal hast hast. Ja, hast du doch gesagt. Gut. Dann halte ich mich doch auch dran, oder nicht? Beim letzten Mal habe ich das ja so ein bisschen aus der Not heraus gesagt. Ja, wir machen das jetzt einfach mal. Wobei einer auch kommentiert hat, gut, dass ihr dem großen Chris Jones hier nicht so in einer Minute abfrühstücken wolltet. Tatsächlich, aber lass uns das ruhig so machen. Dann haben wir nämlich tatsächlich immer auch die Gelegenheit, dass die Leute schon mal wissen, was wir alles noch gehört haben. Naja, und ich finde auch, wenn wir ein bisschen Hausaufgaben aufgeben, ist auch immer gut. Ich habe sowieso genügend Hausaufgaben, aber das nochmal am Rande. Wir werden nächstes Mal, und den Song findet ihr dann auch schon in der Referenz-Playlist oder in der Song des Monats-Playlist vom DAW-Versteher-Podcast, auch unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung drin. Da gibt es den Song Too Sweet von Hosier. Werde ich da verlinken. Den werden wir uns in zwei Wochen anhören. Und dann... Den kenne ich tatsächlich. Ja, siehste mal, da kann der alte Mann dir nochmal moderne Musik ein bisschen präsentieren hier. Ich bin gespannt. Also, ich lasse mich überraschen. Ja, wird auf jeden Fall sehr spannend. Und das ist ja auch die Idee so ein bisschen in diesem Podcast, dass man sich gegenseitig auch, also jetzt vor dieser Rubrik, dass man sich gegenseitig auch mal mit Musik überraschen kann, so wie ich dich bei den Beatles an den Hörnern gefasst habe. Und hoffentlich ein bisschen, der auch ein bisschen dahingehend den Horizont noch erweitern könnte. Und ich mich gerne auch von dir hier wie bei Chris Jones erweitern würde, weil ich hatte den Song tatsächlich nicht auf dem Schirm, aber er klingt fantastisch. Apropos Beatles. Ich habe die große Kontroverse zu dem Anfang von... Ist das... Come Together? Ja, genau. Da geht es ja um dieses Drumfill. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Religion gibt über diesen Anfang. Und die eine Hälfte behauptet, er spielt von tief nach hoch und die andere Hälfte behauptet, er spielt von hoch nach tief. Also ich habe das so gehört in so einem Drumvideo irgendwie und habe so gedacht, er hört doch das Original an. Man hört doch ganz klar, dass der von hoch nach tief spielt. Also, dass es tiefer wird. Aber anscheinend gibt es trotzdem eine Kontroverse darüber in der Beatles-Fans-Szene. Also, Come Together, sag ich nur. Ja, auch ein spannendes Thema übrigens, weil, das wissen auch die wenigsten, aber jetzt kommt noch mal ein bisschen unnützes Wissen auch für dich als Drama vielleicht. Gerade was diesen Drumroll angeht oder was andere Fill-Ins von Ringo auch angeht. Ringo ist nämlich im Kern Linkshänder. Sitzt aber an einem Rechtshänderschlagzeug, fängt also gefühlt mit dem falschen Stock an zu spielen. Gefühlt mit links, ja. Genau. Und das ist immer noch so ein kleiner Crash, so ein Crash, den die Dramadern haben, wenn sie versuchen, was nachzuspielen und das aber nicht aus der Hand läuft, weil Ringo das eben andersrum gespielt hat. Aber das ist eine super Übung. Generell, wenn du als Rechtshänderschlagzeuger dich mal zwingst, also mal beim Üben zwingst, mit der linken Hand zu führen, weil dann trainierst du unheimlich natürlich die linke Hand oder die linke Gehirnhälfte, was dann für den normalen Prozess, wenn du wieder mit rechts führst, ganz, ganz viel bringt. Es macht halt nur einfach wenig Bock. Ja, das heißt ja so schön, der kann links wie rechts aus dem Fußball. Aber in dem Zusammenhang interessiert mich noch eine Frage, bevor wir das abschließen hier. Hast du schon mal mit der Hi-Hat auf der rechten Seite gespielt? Also nicht die Hi-Hat gekreuzt zum Snare? Ich habe mal mit zwei Hi-Hats gespielt. Ja, oder so? Also mit so einer X-Hat, die dann quasi über so ein Kabel betrieben wird. Das ist ja so typisch Metal-mäßig dann für Doppelfußpedal und so. Ist schon geil, weil man natürlich open-handed spielen kann. Du hast einen besseren Winkel irgendwie. Ja, das ist schon cool, muss ich schon sagen. Also es hat so, ich kenne einen Bekannten von mir. Also der ist Rechtshänder, aber der spielt quasi auch komplett oben. Das heißt, der hat sowohl das Wide-Becken als auch die Hi-Hat auf der rechten Seite. Das finde ich ganz spannend eigentlich, das Thema. Was ich dann nur schwierig finde, ist, wenn du viel so Sechzehntel-Sachen auch spielst auf der Hi-Hat. Irgendwie oder halt solche Sachen. Dann ist es enorm umständlich, dann irgendwie zu Snare zu kommen. Wenn du jetzt so viel so straighte Sachen, so Metal, gerade mit Doppelfußpedal natürlich, wo du sowieso irgendwie mit einem Klatsch spielst, also mit einem... Mit der offenen... Mit der festen Offen... Festoffen, Festzug, auch immer. Hi-Hat spielst, dann ist das schon mega cool auf jeden Fall. Ja. Und in dem Zusammenhang dann noch, weil unser Drama das bei den Sky Dogs, bei meiner Coverband immer gemacht hat, der hat die Hi-Hat mit der linken Hand gespielt. Ja, das... Und die Snare mit der rechten Hand, bei offener Haltung. Ja, open-handed, ja. Das ist geil, aber schwierig. Ich bin ja Anfänger gewesen und tatsächlich, mir ist das an einigen Stellen echt leichter gewesen. Ja? Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, warum. Ich habe natürlich klassisch gespielt und habe dann zwischendurch einfach mal, weil ich das bei unserem Peter gesehen habe, übrigens, liebe Grüße in die Richtung von Stuttgart nach Backnang, wo Peter war. Weißbart. Schramländle. Ja, super Drama, unter anderem bei Richie Arndt und den Bluenetics. Fantastischer Drama. Auf jeden Fall, der hat dann... Ich weiß gar nicht, ob er das aus Langeweile gemacht hat. Ich glaube, irgendwann, weil Top 40, während du spielst irgendwie zwei, drei Gigs irgendwie am Wochenende, bist also vier Stunden pro Abend auf der Bühne, dass du dann irgendwann anfängst, aus Langeweile Dinge zu machen, wie ich übrigens irgendwann aus Langeweile angefangen habe, im Automatikauto mit links zu bremsen und mit rechts Gas zu geben. Das jetzt aber nur als kleiner Funfact an der Seite. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter reden, aber Björn, tu uns den Gefallen, bring das Ganze jetzt zum Ende. Ja. Ihr Lieben, danke fürs Einschalten heute zur Folge. Boah, wo sind wir eigentlich? Warst du auswendig? Ja, kurz vor 60 oder auf 60. Ich glaube, sogar auf 60. Mega cool, dass ihr schon so lange am Start seid. Und wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Ja, schönen Sonntag. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, wenn der liebe Jonas folgendes sagt. Das Geheimnis eines guten Auftrittes ist nicht so nah an der Bühnenkante zu stehen, dass die Tomaten dich treffen können. In diesem Sinne. Ja, in dem Sinne. Macht's gut. Schönen Sonntag. Tomatoes. Ja, ich glaube, Steve Morse hat das gesagt. Was ist das Geheimnis? Steve Morse Ex-Gitels von Deep Purple und diverse andere. Okay.